Also hier geht Party, so wie es aussieht. Das ist schon mal überragend. Hey, ho, meine Steinzeit, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Spor. Und wir werden jetzt mit dem kompletten Stamm rüber nach Zyrendorf gehen und denen sagen, jo, wir wollen eure Mates sein. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier hin und sagen, jo, hi. Was sind denn das für welche Leute? Was sind das hier? Oh, lol, die sehen ja mal extrem lustig aus. So, unsere Mates kommen hier. So, unser Stamm ist unterwegs. Sie sind ja ziemlich schnell. Oh, ja, hier unten, da unten. So, die tanzen hier fröhlich, ne? Weil unser Häuptling, der bringt hier ein Geschenk vorbei, Leute. So, und dieses Geschenk stellt er da hin und sagt, jo, wir wollen Freunde sein, ey, jo. So, und dann können wir nämlich anfangen, so. Und sagen, hier, komm, zack. Oh, nein, ein anderer Stamm greift an. Alter, doch nicht jetzt, wenn ich Verbündete schließe. Das ist doch so lächerlich. So, komm. Ich muss jetzt mit denen hier Musik machen, Leute. So, die wollen die Holzhörner hören. So. Dann machen wir das auch. Nochmal Holzhörner. So, immer das machen, was sie hören wollen. So, Ditchery Doos. Und jetzt haben wir es gleich geschafft, Leute. Achtung. Und nochmal, zack. So, das sind unsere Freunde. Sehr schön. Yay. Okay, gut. Wir müssen mal weitermachen. Ey, das nervt mich jetzt gerade, dass die angreifen, ne? So, komm, wir machen weiter. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Sie klauen uns wahrscheinlich Essen oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Okay. Ditchery Doos. Und Holzhörner. Und... Holzhörner. Ja, genau. So. Holzhörner. Und... Holzhörner. So. Wir haben den nächsten Stamm davon überzeugt. Und Leute, wir müssen jetzt ganz schnell gehen. So, hier. Nein, nein, nein. Oh, Leute. Alter. Nein, äh, tut mir leid. Äh, Feier ist vorbei. Leute. Feier ist vorbei. Aber wir haben ein Tote mehr auf jeden Fall. Egal. Angriff. Leute, die greifen unser Hauptgebäude an. Das ist nicht gut. Möchte ich jetzt mal so nebenbei sagen. Alter. Das ist, äh, nicht gut. So. Hier. Direkt angreifen. Mann. Das Lavendeldorf. Das geht mal jetzt schon ziemlich auf den Piss, ne? So. Greif an. Los. Oh, Mann, Mann, Mann. So, komm. Die kriegen wir jetzt down. Easy piece here. So, kann ich jetzt hier nicht. Warte mal. Fallen. Nein. So, komm. Weiter der Nächste. So. Sind alle am Start. Das freut mich. Wir halten zusammen. Wir sind ein Stamm. Gut. Okay. Hätten wir dann mal erledigt, würde ich jetzt sagen. Und, kam. Wumms. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt weiter auf jeden Fall ein paar Monster töten. Oder halt, äh, Viecher klatschen. Damit wir unsere Nahrungsquelle, ähm, ich sag mal, ja, damit wir wieder Essen haben. So, komm. Angriff. Und damit wir mehr Mates dazu kriegen, weil wir können noch mehr dazu nehmen, auf jeden Fall. So, komm. Der da noch. So. Okay, gut. Los. Wir gucken jetzt, dass wir hier mehr Leute dazu kriegen und dann gehen wir, äh, das Pinkdorf überzeugen, dass die zu uns gehören sollten, ne? Das ist auf jeden Fall der Plan. So. Gut. So. Und dann sag ich mal hier, oh, warte mal, hier, das soll das reparieren, genau. Kriegen wir hier ein Baby dazu und noch eins, komm, geht's grad nicht. So, jetzt noch mal ein Baby dazu, Perfekto. So, okay. Der repariert hier das Haus, weiter hin. So, komm, helft mal alle mit, reparieren, bitte. So, alle mit dem Hammer in der Hand. Sehr schön. Okay. Okay, wunderbar. Jetzt, ähm. Ah, wir müssen halt weiter gucken, dass wir Fleisch bekommen. Oh, da ist wir dann. Oh, da bringen welche. Braundorf bringt uns das Geschenk. Das ist das Gute an Verbündete. Hier, Braundorf. Guckt mal, Leute. Die kommen hier angetanzt. Hier. Naja. Ja, doch. Die tanzen und bringen Korb mit. Das ist auf jeden Fall Weltklasse. Also, so, ähm, ich muss jetzt hier gucken, Leute, dass wir, so, der hier ist down geklatscht. So, komm, jetzt mach mal die hier noch down. Los. Angriff! So, gut, perfekt. Schnappt euch hier. Warte mal, ihr zwei, schnappt euch die da unten mal. So, das Essen muss hier mitgenommen werden. So, gut, dann nehmt ihr mal den Korb mit. So, nehmt ihr alles mitnehmen, alles mitnehmen. So, wir brauchen Essen. So, und wir brauchen ein weiteres Baby. Zack. So, oh, der hat eine Fackel gemacht. So, hier. Oh, das ist Pinkdorf. Die greifen wir nicht an, by the way. Was will denn der? Was wollt ihr denn? Kommt mal her. Mach mal mit denen was. Komm. So. Oh, die wollen die Ditcher Redoos hören. Was? Nein. Warte. Was? So. Okay, jetzt. Man, sind nicht alle am Start, ne? Hier. Die Ditcher Redoos. Wo sind die Leute mit der Ditcher Redo? Kommt mal hierher. Dann könnt ihr das auch machen. So. Jetzt sind alle am Start. Kommt. Jetzt geht's. Wuhu. Können wir uns gleich hier mit dem nächsten Dorf verbünden. Was? Rasseln wollt ihr hören? Ich hab keine Rasseln. Sorry. Aber ich kann doch noch gar kein neues Haus bauen, oder? Warte mal kurz. Doch, tatsächlich kann ich ein neues Haus bauen. Tut mir leid, Leute. Dann müssen wir nochmal auf die Jagd gehen. Kommt. Huch. Hier. Da. Äh. Nein, nein, nein. Stopp. Angriff. Angriff. Ja. So muss es sein. Oh mein Gott, ne? So, los. So, komm. Zack. So. Wo haben die eigentlich den Korb hingestellt? Die anderen, die stellen normalerweise den Körper hier hin. So. Komm. Gut. Ihr bringt Essen da hin. Sehr schön. Gut. Äh. So. So. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt nämlich ein neues, äh, die Gebäude bauen. So. Zack. Sehr schön. Wunderbar. Dann kann ich die unteren drei hier. Zack. 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 Kann ich damit ausrüsten. Mit den Maracas. So. Habt ihr ausgerüstet? Gut. Dann können wir als Stamm nämlich hingehen. Und da unten sind die, na? Hier. Da. Nicht angreifen, sondern hier. Jetzt. Würde ich mit denen Verbündetes sein. So. Die angeln hier unten. Oh, schön. So, komm. So, Mates. Kommt alle her. Jetzt haben wir sogar drei Instrumente, um uns mit denen zu verbünden. So. Was wollt ihr denn hören? So, die Flöten sind am Start. Nochmal die Flöten. Dann nochmal die Flöten. Na, sag mal, warum wollt ihr jetzt nur die Flöten hören? Jetzt. Die Rasseln. Sehr schön. Wuhu. Okay. Haben wir dann gleich wieder Verbündete. Das ist natürlich überragend. So. Leute. Nochmal. Kommt. Weiter. Komm schon. Die nächsten Verbündeten. So. Will ich jetzt am Start haben. Und nochmal die Flöten. Die hören echt gerne die Flöten. Was ist da los? Die Rasseln. Und nochmal die Rasseln. So, Leute. Wir haben einen weiteren Stamm überzeugt, uns zu folgen. So. Das ist auf jeden Fall überragend. Das Lavendeldorf. Na. Da müssen wir. Wuhu. Also hier geht Party, so wie es aussieht. Das ist schon mal überragend. Nice. Und wir haben hier wieder neue Sachen freigeschalten. So. Wir könnten theoretisch das Design der Dorfbewohner ändern. Aber ich weiß nicht. Ich finde das hübsch so. Will ich jetzt nicht wirklich ändern. So. Finde ich eigentlich echt gut. So. Okay, Leute. Wuhu. Unser Dorf bildet sich weiter. Zack. Die Hütte wird ein bisschen größer. Und. Ja. Es verändert sich halt ein bisschen was. Zack. Sehr schön. Wir haben in der Mitte einen Ofen. So eine Art Schmiede. Und wir haben drei neue Mitglieder. Können wir jetzt hier organisieren. Und wir killen jetzt erstmal hier. Leute. Wir müssen da. Die da. So. Wir kriegen hier. Von Zyrandorf. Kriegen wir auf jeden Fall was. So. Muss man jetzt alle hier mal platt machen erst mal. So. Komm. Alle da und machen. So. Da komm. Und dann soll sich jeder auf jeden Fall was schnappen. So. Schnappt euch alle hier was. Ich zeige ein neues Kind. So. Wupp. Okay. Wo bringt denn ihr das hin? Ihr stellt das hier ab. Okay gut. Da wird der Korb abgestellt. Sehr geil. So. Okay. Sehr cool Leute. Bringt ihr. Die bringen das Fleisch jetzt alles da rein. Das ist Weltklasse. Liefert mal alle bitte das Fleisch ab. Alles bitte abliefern. Hallo. Alter. Wie die das nicht abliefern. Hallo. Abliefern. Guck mal. Die stellen sich schon in eine Schlange. Kannst du das bitte? So. Jetzt geht das. Perfekt. Oh. Ja. Jetzt kriegen wir hier einen Batzen dazu. Können auf jeden Fall neue Kinder zeugen. Zack. So. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Batzen am Start. Okay. Dann würde ich sagen. Wir gehen aber mit unserem Stamm. Direkt. Nach. Lavendeldorf. Mit. Oh Leute. Jetzt wird wieder hier geflimmert. Weil wir hier noch nicht waren. So. Bringen ein Geschenk vorbei. So. Wir laufen los mit dem ganzen Stamm. Ja. Nicht mit dem ganzen Stamm. Aber wir wollen jetzt unser verfeindetes Dorf. Dazu bringen. Sich mit uns zu verbünden. Na. So. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Na. Bin ich richtig gespannt. Los. Kommt schon. Kommt schon. Da. Hier ist wieder so ein Gewürzgeist hier, Leute. Das wird in der nächsten Phase elementar wichtig für uns. So. Kommt schon. Kommt schon. Wir sind hier am Start. Wir bringen ein Geschenk. Nein. Nicht ausrasten, bitte. Wir sind Freunde. Hier habt ihr was von uns. So. Hier. Wir bringen euch ein Geschenk. Na. Stellen wir hier ab. So. Jetzt sind die happy. Und wir sind happy. Nachher sind es Vegetarier. Und sie rasten aus, weil wir ihnen Fleisch schenken. Könnt ihr mal hier bleiben, Leute. Hallo. Alter, die greifen uns. Hallo. Ich hab denen ger... Alter, die haben uns angegriffen. Alter. Weil die es nicht gerafft haben, ne? So. Okay. Was wollt ihr hören? Die Ditchery Doos. Die rasseln. Die Ditchery Doos. Und die flöten. Sehr geil. So. Die haben wir uns jetzt auf... Die haben wir jetzt schon mal überzeugt. Das ist überragend. So. Dann nochmal, bitte. So. Und dann habe ich da unten wieder auf jeden Fall was voll gemacht. So. Kommt, Leute. Geht weiter. Die Runde, ja. Wir machen Party zusammen. Wir wollen verbündetes sein. Mit Flöten und so. Kommt. Zack. Und... Nochmal flöten. Ey. Was geht hier ab? Also Flöten scheinen richtig beliebt zu sein. So. Das hätten wir gemeistert. Und jetzt nur noch einen Stamm überzeugen. Und dann haben wir die Stammesphase auf jeden Fall gemeistert. Das finde ich überragend. Woooo. Party. Yeah. Wir haben es geschafft. So in etwa, ne? Das ist Weltklasse. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Woohoo. Gut. Da haben wir noch ein weiteres Totem. Tada. so und jetzt begeben wir uns zu orange dorf so bringen geschenk vorbei sagt so und dann haben wir den letzten stamm auf unserer seite so bringt bringen wir essen ja hier unser mail bringt essen stell das doch dahin häuptling stell das doch hat er warum stellt wie die umständlich die manchmal laufen stell das ab stellt den stadt dankeschön so alle bitte hierbleiben so wir wollen jetzt freunde werden so kommt schon die flöten die detritus die rasseln ihr mögt die verschiedenen instrumente das finde ich cool noch mal die rasseln sag sehr schön aber schon mal überzeugt hier und noch mal bitte hallo kommt noch mal noch mal neu sammeln und jetzt werden wir gleich abgehen der juli dus maracas der juli dus rasseln noch einmal kommen ich muss ich warte leute so sagt wir haben so leute ich würde mal sagen wir haben die stammesphase jetzt gleich abgeschlossen überragend ne so sehr schön theoretisch könnte ich das ganze jetzt noch weiter spielen in der stammesphase aber es würde uns nichts bringen leute weil wir sind mittlerweile zu gut wir können jetzt in die zivilisationsphase gehen wenn ich da unten hin drücke aber das leute mache ich erst in der nächsten folge leute wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da bis zum nächsten mal haut rein und tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal